Nachdem wir in 18 Episoden über das Leben des Propheten a.s.w. vor seiner Berufung zum Propheten gesprochen haben, vor der ersten Offenbarung gesprochen haben, kommen wir heute inshallah zum Beginn der Offenbarung. Man sieht erstmal, dass der Prophet a.s.w. berufen wurde zum Propheten, also zum Propheten wurde, die erste Offenbarung bekam, das erste richtige Treffen mit Jibril bekam, als er 40 Jahre alt war. Jeder Muslim sollte wissen, dass der Prophet Friede und Segen mit ihm 63 Jahre alt geworden ist, davon 40 Jahre vor dem Prophetentum und 23 Jahre als Prophet, nachdem der Engel Jibril zu ihm in der Höhle Hira auf dem Berg des Lichts in Mekka gekommen ist, und ihm die erste Offenbarung offenbart hat aus Sura 96, die ersten fünf Verse, Die erste Frage, die sich stellt ist, oder die sich vielleicht der ein oder andere stellen könnte ist, warum wurde er so spät berufen? Warum erst mit 40? Allah ist allwissend, und wäre der Prophet a.s.w. Muhammad beispielsweise mit 20 schon Prophet geworden, dann hätten wir 43 Jahre Offenbarung gehabt. Warum erst mit 40? Zunächst ist erstmal einmal dazu zu sagen, dass Allah s.w.t. am besten weiß, was er wie und warum bestimmt. Und Allah s.w.t. wusste, dass 23 Jahre reichen werden, um diese Religion zu vervollkommen und zu perfektionieren. Denn Allah sagt in Sura 5, Vers 3, und diesen Vers sollte jeder Muslim auswendig können, heute habe ich eure Religion vervollkommen und meine Gnabengaben an euch vollendet und ich bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Ein ganz wichtiger Vers, und Imam Malik sagt zu diesem Vers, Das heißt, Imam Malik, der große Imam aus Medina, sagt, Wer eine Bidda erfindet und sieht die als eine Bidda Hasana, der hat schon damit behauptet, dass der Prophet die Botschaft verraten habe. Denn Allah sagt im Koran, heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Dann sagt Imam Malik, so ist das, was an jenem Tag keine Religion war, auch heute kein Teil der Religion. Das nur kurz dazu. Auf jeden Fall, die 23 Jahre haben gereicht. Aber man sieht hier eine gewaltige Weisheit darin, dass der Prophet Frieden und Segen mit ihm erst mit 40 entsandt wurde. Denn die Mekkaner hatten 40 Jahre Zeit, die Muschlikun, die Götzendiener, hatten 40 Jahre Zeit, ihn kennenzulernen. Und als was war er bekannt? Wir haben schon in der letzten Episode, beziehungsweise im letzten Kapitel erwähnt, dass er derjenige war, der den schwarzen Stein an seine Stelle gelegt hat und dass er derjenige war, der bestimmt wurde, dass er entscheiden soll, wer den schwarzen Stein dorthin legt. Und dann wurde gesagt, wir nehmen ein Stück Stoff, legen den schwarzen Stein in die Mitte und von jedem Stamm nimmt jemand und wir gehen dann zur Kabe und dann hat er am Ende den schwarzen Stein an seine Stelle gestellt. Das war eine große Ehre für die Mekkaner, da wäre beinahe ein Krieg ausgebrochen. Das zeigt aber, und als er reinkam in die Moschee, weil sie haben gesagt, wie wir das schon erwähnt haben, der, der als nächstes da reinkommt, der wird bestimmen, was zu tun ist. Und als er kam, haben sie gesagt, der Vertrauenswürdige ist gekommen, der Wahrhaftige ist gekommen. Radina, Radina, wir sind zufrieden. Das heißt, er war schon bekannt als eine wahrhaftige Persönlichkeit. 40 Jahre. Vom reinen logischen Menschenverstand, eine Person, die 40 Jahre nicht eine einzige Lüge geäußert hat, die 40 Jahre nicht ein einziges Mal mit lüsternem Blick einer Frau, mit der er nicht verheiratet war, hinterher geschaut hat oder was auch immer. Eine Person, die 40 Jahre in einer korrupten Gesellschaft, in der es Prostitution gab, in der es Sauferei gab, kein Alkohol getrunken hat, keinen Sinner, keine Unzucht begangen hat. Einer, der 40 Jahre lang vor dem Islam nie versucht hat, jemanden zu betrügen. Wie soll diese Person auf einmal mit 40 Jahren mit dem größten Betrug der Menschheitsgeschichte kommen, wenn es ein Betrug gewesen wäre? Das heißt, es war eine klare Angelegenheit, dass das ein Beweis seiner Wahrhaftigkeit war. Das war also gegen die Mekkaner, die nicht an ihn geglaubt haben, schon ein Beweis. Denn es ist so, und das wissen wir, es gibt viele falsche Propheten, und man fragt immer nach dem Motiv, warum behauptet jemand, ein Prophet zu sein oder ein religiöser Führer zu sein? Geld. Dann sagen wir, diese Person hat in seinem ganzen Leben nicht einmal irgendeine Spur gezeigt, dass er dem Geld hinterher ist. In den 40 Jahren davor schon nicht. Und danach auch nicht, und selbst in dem Zeitalter, und das kann man sich auch merken, wenn jemand schlecht über den Islam spricht, und versucht, den Propheten als eine schlechte Persönlichkeit darzustellen. Und in der Zeit, als er die arabische Halbinsel beherrscht hat, lebte er in einer Lehmhütte, und es gab in seinem Haus nichts außer eine Matratze, die man nicht mal Matratze kennen kann, nennen kann, aus Pallen, wedeln Pallenfasern und ein Maß Gerste und einen kleinen Behälter Wasser. Und Amr al-Khattab musste weinen, als er den Propheten, alaihi sallallahu alaihi sallam, so gesehen hat, und er hat gesagt, schau mal, Kisra und Kaisar, die leben in Saus und Braus, die leben reich, und der Gesandte Allah lebt so, daraufhin meinte der Prophet, alaihi sallallahu alaihi sallam, reicht es ja nicht, dass wir das Jenseits für uns alleine haben. Auf jeden Fall, keine Spur davon, dass er jemals Geld haben wollte, geldgierig war, oder auf Geld aus war, 40 Jahre lang, und natürlich danach auch, kein einziges Zeichen, dass er auf Macht aus war, und er hätte Macht haben können. Natürlich hat er am Ende sogar Macht bekommen, aber er war immer, er hatte Macht, um das Gute zu verbreiten, aber er wurde erst mal vorher bekämpft, wäre er auf Macht hinaus gewesen, wäre es für ihn viel einfacher gewesen, als der Sohn von Abdul Muttalib, zu sagen, hier, schaut mal, als ich geboren wurde, gab es dieses und jenes Wunder vorher, mit den Gefährten des Elefanten, als ich dann geboren wurde, als Kind gab es dieses und jenes Wunder, dass die Kamele auf einmal Milch gegeben haben, und so weiter, wie wir das schon erwähnt haben, er hätte dieses ganze Ding erwähnen können, ich bin derjenige, der den schwarzen Stein an die Stelle gelegt hat, aber er hat diese Sache niemals benutzt, um für sich zu argumentieren, um die Macht unter den Korreich zu bekommen, und hätte, wäre er auf der Religion von Abdul Muttalib geblieben, von seinem Opa, und hätte gesagt, schau mal, ich will der Führer von Mekka werden, das wäre viel, viel einfacher gewesen, weil er aus der edelsten Familie war, so, Frauen, zur damaligen Zeit, wenn jemand Unzucht machen will, der Prophet war 25 Jahre, in einer korrupten Gesellschaft, ohne Unzucht, wo es Fahnen an Häusern gab, von Prostituierten, und dann lebt er bis zum Prophet, lebt er 15 Jahre, also er hat mit 25 Jahren, dann lebt er 15 Jahre völlig monogam, und dann lebt er noch mal 10 Jahre, bis Khadija lebt, monogam mit Khadija, zur damaligen Zeit, er hätte hunderte Frauen haben können, das heißt, seine ganzen 40 Jahre vor dem Prophetentum zeigen, dies ist eine Persönlichkeit, die nicht auf Ruhm aus ist, die nicht auf Macht aus ist, die nicht auf Geld aus ist, die nicht auf Frauen aus ist, das heißt, hier muss, das muss wahr sein, das heißt, das ist die Weisheit, warum der Prophet erst mit 40 entsandt wurde, dann, was lehrt uns das noch, was lehrt uns das noch, für uns jetzt, denn, ich sage immer wieder, wenn wir die Sira studieren, wollen wir nicht einfach nur Geschichten erzählen, wie einen Film, wir wollen uns in die Lage hineinversetzen, wir wollen Lehren daraus ziehen, für unsere Zeit heute, denn Allah sagt im Koran, in Soh 33, Vers 8, 21, لَكَتْ كَنَا لَكُمْ فُرَسُولِي لَا أُسْوَةٌ حَسَنَا Ihr hattet dem Gesandten Allah schon das beste Beispiel, und nichts ist ein Zufall, Allah hat dies absichtlich gemacht, was lehrt er uns, wenn er uns zeigt, schau mal, ich hätte den Propheten auch mit 15 schicken können, mit 20, aber ich habe ihn mit 40 geschickt, sodass er fast zwei Drittel seines Lebens kein Prophet war, was zeigt uns das? Dass man bei wichtigen Dingen eine Vorbereitung braucht, denn wenn man sich das Leben des Propheten, die 18 Episoden, die wir schon behandelt haben, vor dem Prophetentum behandelt, dann sieht man, dass diese ganzen Dinge, die vorher passiert sind, praktisch eine Vorbereitung auf das Prophetenseeltum sind, beispielsweise er wächst auf bei Ben Nussat, die besonders gut in der arabischen Sprache war, er ist als Jugendlicher Schafhörter, Schafhörter lernt dadurch Verantwortungsbewusstsein, Geduld etc. Dieses ganze Leben ist also eine Vorbereitung und deswegen sollten wir heute optimalerweise, wenn wir es können, wenn wir dazu in der Lage sind, versuchen, so früh wie möglich vorzubereiten. Und das lehrt uns auch, dass wir unsere Kinder richtig erziehen müssen. Wir müssen unsere Kinder zu verantwortungsbewussten, standhaften, starken Persönlichkeiten erzielen. Gut. Dann noch eine andere Sache, die es uns lehrt, diese 40 Jahre. Es gab in den 40 Jahren schon sehr viele Zeichen, die passiert sind. Sehr viele Dinge, wo es zum Beispiel Segen gab, wo der Prophet, a.s.a.w. etwas getan hatte, als er, als vor seiner Geburt gab es Wunder, während seiner Geburt gab es Wunder, nach seiner Geburt gab es Wunder. Das heißt, diese Dinge haben wir alle schon behandelt. Die Korayisch wussten das. Sie wussten, er ist ein gesegneter Junge. Und sie wussten, er ist ein Nachfahrer von Ismail, a.s.a.w., von Ibrahim. Und trotz alledem, als er dann mit der Botschaft kam, wurde er abgelehnt. Was lehrt uns das heute? Das lehrt uns heute, wenn wir Dauer machen und abgelehnt werden, dass wir uns nicht einreden sollen, das liegt bestimmt an uns, wir haben bestimmt einen Fehler gemacht, und dann einbrechen. Sondern dadurch bleiben wir standhaft, weil wir wissen, es gab jemanden, der weit über uns, unvorstellbar über uns stand, der trotzdem abgelehnt wurde. Und das ist etwas, was ich an dieser Stelle kurz erwähnen will. Allah sagt in Surah 43, Vers 77 und 78. An dieser Stelle möchte ich das mit erwähnen. Über die Leute, die in der Hölle sind. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْتِ عَلَيْهِنَ رَبُ Und sie rufen, O Malik, bitte dein Herrn, dass er uns vernichtet. Malik ist der Hüterengel der Hölle. Daraufhin wird gesagt zu ihnen, كَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Er sagt, ihr werdet bleiben. Warum? Ihr. Wer ist mit ihr gemeint? Ihr, die in der Hölle seid. Warum werdet ihr bleiben? لَكَجِئْنَاكُمْ بِلْحَقْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen, aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Was heißt das? Die meisten von euch, die in der Hölle sind, hassen die Wahrheit. Das heißt, die meisten Menschen, die in die Hölle gehen, gehen nicht in die Hölle, weil die Religion falsch dargestellt worden ist, sondern die Wahrheit ist zu ihnen schon gekommen und sie haben sie abgelehnt. Das ist eine sehr wichtige Lehre, die wir auch indirekt mitkriegen, wenn wir wissen, was in den 40 Jahren vorher passiert ist. Auf jeden Fall, was ist nun genau passiert, um darauf einzugehen? Im dritten Hadith in Bukhari berichtet Aisha radiallahu anha, was passiert ist, bei der ersten Offenbarung. Jetzt wird jemand fragen, wie kann Aisha berichten, was mit den Propheten passiert ist? Die war doch noch gar nicht da. Die hat dann noch gar nicht gelebt. Da kommen dann irgendwelche Leute, die Zweifel bringen wollen. Dann sagen wir, das ist ein Beweis, dass wie der Prophet mit seinen Frauen umgegangen ist, nämlich, dass der Prophet Aisha radiallahu anha erzählt hat, was passiert ist. Natürlich war sie nicht dabei. Sie erzählt ja auch, dass er alleine gewesen ist. Aber der Prophet hat ihr das erzählt. Daraus lernen wir heute, dass wir auch mit unseren Frauen reden sollen, über Gesprächsthemen, die wichtig sind für uns. Auf jeden Fall sagt sie, Das Erste, womit die Botschaft beim Gesandten Allahs angefangen hat, ist der wahre Traum im Schlaf, sodass er Träume gesehen hat und die wurden wahr wie die klare Sonne. Mithlefelligelsoh. Das ist in Deutsch mit gemeint, klar wie die Sonne. Das heißt, er sieht etwas im Traum und genau so passiert es. In anderen Hadithen wird erwähnt, dass das sechs Monate davor schon losgegangen ist. Das heißt, ständig hat der Prophet Träume, die genau so passieren, wie er die gesehen hat. Warum? Um ihn vorzubereiten, denn das ist eine schwierige Botschaft. Allah sagt in Surah Al-Hashar, Das ist die Surah Al-Hashar, die letzte Seite, wo Allah sagt, in Vers 21, hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, hättest du gesehen, wie er sich gedemügt und aus Furcht vor Allah gespalten hätte. Wir werden ein schweres Wort auf dich werfen, so in Sotl-Kriyama. Das heißt, er wurde vorbereitet. Dann wird erwähnt, dass Steine ihn gegrüßt haben und sagen dann, wir würden einen Stein grüßen. Das ist ja gerade das Wunder, dass ein Stein normalerweise grüßt. Das wäre ja kein Wunder, wenn er sagt, wir haben Bauern auf dem Weg gegrüßt. Das wäre ja kein Wunder, aber da kommen dann wieder einige Leute, die irgendwelche Zweifel wecken wollen. Das ist ja gerade das Wunder, um den Propheten vorzubereiten. Hier, schau mal, es passiert was mit dir und das zeigt, dass wir in unseren Dingen immer versuchen müssen, optimalerweise, wenn wir dazu in der Lage sind, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Und deswegen sollte man auch schon früh anfangen, die Religion richtig zu lernen. So, dann was passiert? Dann wurde ihm die Einsamkeit lieb gemacht, dass er sich alleine aufhält. Und er ist dann zum Berg Herar gegangen, zur Höhle Herar, auf dem Jebelenur gegangen. Und das ist nicht so einfach, da hoch zu gehen. Eigentlich natürlich, heute ist es etwas leichter. Und das ist eine ganz kleine Höhle. Man kann mal dahin gehen, aber nicht dahin gehen, um dort zu beten, sondern man geht dahin, einfach um sich das einfach mal anzugucken, aus Interesse, um versuchen zu spüren, wie der Prophet sich gefühlt hat. Von dort aus kann man, ist es sehr eng, kann man genau, konnte man zumindest damals, genau die Kaaba sehen. Auf jeden Fall. Er blieb dann dort immer längere Zeit und kam dann zurück zu Khadija, die ihm dann wieder etwas gegeben hat. Und er hat dort Allah gedient, wie Sheikh Houthi Mir sagt, mit etwas, womit Allah ihn, sozusagen, inspiriert hat. Das heißt, er hatte jetzt noch kein Buch oder irgendetwas anderes, sondern er hat darüber nachgedacht, hat meditiert, hat über die Welt nachgedacht, sich die Natur angeguckt, etc. Und hier ist etwas Wichtiges zu erwähnen. Es ist nicht von der Sunna, dort hoch zu gehen und zwei Rakats zu beten oder die Wände zu berühren oder was auch immer oder Steine von dort mitzunehmen. Es gibt im Islam keine Glücksbringer. Das gibt es nicht. Und der Beweis dafür ist, ist, dass der Prophet, nachdem er die Botschaft bekommen hat, nicht nochmal hochgegangen ist zum Berg Nuhr. Und wäre da irgendeine Huld drin, hätte er gesagt, wer hochgeht zum Berg Nuhr und betet dort zwei Rakats, kriegt den und den Lohn. Und die Sahaba, über die der Prophet sagt, Die beste Generation ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann ihr, die erfolgt. Von denen wird von keinem einzigen berichtet, nicht von Abu Bakr, der durch alle Türen des Paradies gehen will, nicht von Umar, nicht von Uthman, nicht von Ali, dass irgendjemand von ihnen dort hochgegangen ist und hat dann dort zwei Rakats gebetet. Wenn jemand die Überlieferung hat, sollen wir uns die geben, dann machen wir es auch. Das ist ganz einfach. Aber es wird, er wird keine authentische Überlieferung diesbezüglich finden. Auf jeden Fall. Dann sagt Aisha weiter, Hatta Jawul Haqq, bis die Wahrheit zu ihm kam. Da kam der Engel zu ihm und jetzt kommt der Engel und sagt zu ihm, Ikra. Stell dir mal die Situation vor. Ich möchte, dass ihr das spürt. Ich möchte nicht nur, dass ihr das hört, ich möchte ihn auch spüren. Da kommt jemand, mitten in der Wildnis, der sagt nicht irgendwie, Hallo, ich bin der und der, der stellt sich nicht vor, sagt zu ihm, Lies. Der Prophet Aleyhissel dazu sagt, Me'ana Bekari, ich kann nicht lesen. Dann nimmt er ihn und packt ihn, Verachadani, Verratani, Hattabela Gaminiljen. Bis er erschöpft war, bis er nicht mehr konnte. Er hat ihn gepackt, bis er nicht mehr konnte und hat ihn dann runtergelassen. Das war Arsalanin. Fakala Ikra. Lies. Dann sagt er Ikra, Lies. Das kann ich. Er packt ihn und packt ihn. Dann sagt er immer wieder, Lies. Und dann beim dritten Mal sagt er, Lies im Namen ist er auch verwandt mit dem Worten, Allakar, was ein Blutegel ist und heutzutage sieht man mit der modernen Wissenschaft, das ist der zweite Vers, der offenbart wurde, der direkt ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islams bis zum jüngsten Tag ist, dass im Embryonal-Stadium, dass das Embryo aussieht wie ein Blutegel und sich theoretisch auch so verhält, weil der Blutegel lebt von seinem Wirt, weil er ein Parasit ist und der Embryo lebt von seiner Mutter. Khalaq al-Insana min alaq. Ikra wa Rabbuk al-Akram. Lies. Das zweite Mal Lies. Dein Herr ist der Edelste. Ikra wa Rabbuk al-Akram. Alladi allama bilqalam. Der mit dem Stift gelehrt hat. Allama l-Insana ma'alam ya'alam. Der den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Jetzt kommt das Erste. Jetzt kommen Missionare und ihr wisst, dass mein Spezialthema eigentlich ist, Islam zu verteidigen gegen Vorwürfe gegen den Islam. Jetzt kommen Missionare und sagen, welcher Prophet wurde jemals so berufen? Zu welchem Propheten kam jemals ein Engel auf diese Art und Weise? Was sagen wir dann zu den Missionaren? Wir sagen erstmal, ihr seid diejenigen, die immer behaupten, Mohammed hätte den Koran von der Bibel abgeschrieben, um zu behaupten, dass er ein Prophet sei. Um damit zu legitimieren und zu zeigen, hier, schau mal, mir ist genau dasselbe passiert wie den anderen Propheten. Und jetzt sagt ihr, dass diese Geschichte, dass das noch nie einem Propheten passiert ist. Das heißt, hätte Mohammed den Koran erfunden, wie ihr das behauptet, dann wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, so eine Geschichte zu erfinden und zu sagen, mir ist kein Engel, der hat mich gepackt und hat mich gedrückt auf diese Art und Weise. Er hätte gesagt, mir ist ein Licht erschienen, dann ist dieses passiert, jenes passiert. Aber das ist eine einzigartige Geschichte. Da kommt kein Mensch, kommt auf die Idee, so eine Geschichte zu erfinden. Wenn man ehrlich zu sich selber ist, wird man zu dieser Erkenntnis kommen. Jetzt zu der ersten Offenbarung. Hier wird mit einem Analphabeten gesprochen. Und das Erste, was diesem Analphabeten namens Mohammed a.s. gesagt wird, ist Lies. Ikra bismi rabbika levi khalaq. Khalaq al-insane min alaq. Ikra warabu khalakram. Lies. Und dein Herr ist der Edelste. Zweimal wird Lesen erwähnt bei einem Analphabeten und dann wird noch erwähnt zusätzlich, dass er den Menschen mit dem Stift gelehrt hat. Würde man das zu jemandem sagen, der lesen kann, wäre das schon ein eindeutiges Zeichen dafür, wie die Offenbarung, und das bei der ersten Offenbarung, wie diese Offenbarung die Wissenschaft ehrt, das Lesen ehrt, dass Allah die Menschen mit dem Stift gelehrt hat, die Wissenschaft lehrt und fördert. Aber wie ist das erst, wenn das zu einem Analphabeten gesatzt wird? Und an dieser Stelle möchte ich kurz etwas erwähnen, weil das Schöne ist, dass man in der Sira immer viele Sachen auch gegen irregegangene Gruppen erwähnen kann. Ich habe das einmal erwähnt, als Beweis eigentlich für die Schönheit des Islams, und da war ein Schiit dabei, ich weiß nicht, ob alle Schiiten das glauben, und der wurde dann fuchsteufelswild und fing an, was, wie kann ich überhaupt der Prophet sein, Analphabet gewesen, das sei eine Beleidigung für den Propheten, das ist keine Beleidigung für den Propheten, sondern Allah hat extra gewollt, dass er ein Analphabet ist, weil das ein Beweis für das Prophetentum ist, weil es niemals sein kann, dass jemand, der Analphabet ist, mit so einem Buch kommt, das ist Beweis überbeweist, und deswegen sagt Allah im Koran, und deswegen, falls die Schiiten das wirklich glauben sollten, widersprechen sie eindeutig den Koran, Allah sagt im Koran, in Surah 29, Vers 48, Und du hast davor kein Buch verlesen und es nicht mit deiner Hand geschrieben, das heißt, er hat davor nie geschrieben und etwas vorgelesen, das heißt, und lesen lernst du durch Übung, und dann sagt Allah, in Surah, in Surah 7, Vers 157, über die Juden und Christen, der Gesandte, der Prophet, der Gesandte, der Prophet, der des Lesens und Schreibens nicht lesen und schreiben kann, man kann in jedes Wörterbuch gehen, für die Schiiten, die draußen sind, geht in irgendein Wörterbuch, Surah 7, Vers 157, beziehungsweise bei manchen Nummerierung 156, das ist aber genau dasselbe, oder 158, geht hin und ihr werdet sehen, da steht das Wort um mich und in jedem Wörterbuch findet ihr, dass damit gemeint ist, jemand, der nicht lesen und schreiben kann und das wird sogar als Beweis für das Prophetentum benutzt und jetzt kommt's, in Jesaja 29, Vers 12, Jesaja 29, Vers 12, im Alten Testament und wir sagen immer, die Bibel ist verfälscht worden, deswegen ist das für uns kein primärer Beweis, aber einige Spuren sind erhalten geblieben und da steht, und das Buch soll jemandem gegeben werden, das Buch, der Koran, der der Schrift unkundig ist um mich, indem jemand zu ihm sagt, lies, Klammer, dies laut vor und er wird sagen, ich kann nicht lesen, Jesaja 29, Vers 12, wir achten dann nicht so sehr auf den Kontext, weil wie gesagt, schon gesagt, dass die Bibel sowieso gefälscht wird, wir sagen, es gibt noch einige Spuren, die vorhanden sind, dann etwas, was ich hier auch noch erwähnen will, ist, zur Wissenschaft der Islam, beziehungsweise die islamische Welt, weil die erste globale Wissensgesellschaft und das hängt zusammen mit diesen Befehlen von Lies und zum Beispiel in Suche 45, Vers 13 sagt Allah, Er hat für euch dienstbar gemacht, was im Himmel und auf Erden ist, alles ist von ihm, wahrlich hier sind, sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Wir wissen heute, dass im Universum das Sachen gibt, von denen wir nicht wissen, inwieweit sie nützlich für uns sind. Allah sagt uns hier, die sind für euch nützlich, aber das sind Zeichen für Leute, die nachdenken, das heißt für Leute, die forschen, die nachdenken. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass im Gift der Kobra, dass es dort ein Heilmittel gibt für bestimmte Herzkrankheiten. Deswegen gibt es in Bangladesch beispielsweise Kobra-Farmen, wo extra das Gift der Kobra herausgenommen wird, um dann als Medikament für Herzkrankheiten zu benutzen. Das heißt, dies ist ein Vers, und diese Verse, die wir vorher genannt haben, die zum Forschen rufen. Aber, wir Muslime müssen es halt praktizieren, das ist das Problem. Das Auto kann nicht am Fahrer gemessen werden. Wir haben vor uns die Botschaft, die perfekte Botschaft, aber, wenn man diese perfekte Botschaft nicht praktiziert, dann kann derjenige, der die Botschaft geschickt hat, nichts dafür, sondern ist man selber schuld. Wenn der Arzt dir ein Medikament verschreibt, aber du nimmst das Medikament nicht ein, dann ist der Arzt nicht schuld und das Medikament nicht schuld, sondern du bist schuld. Und dann möchte ich hier am Ende noch eine Sache erwähnen, zu dieser Geschichte, an die ihr unbedingt denken sollt. Dieser Moment ist vielleicht der größte Moment in der Geschichte der Menschheit. Denn dies ist der Moment, als der edelste Engel auf den edelsten der Propheten mit der edelsten Botschaft herabgekommen ist. Und deswegen sage ich euch, liest, forscht, praktiziert diese Religion und seid Allah subhanahu wa ta'ala dankbar.